Der schießt auf 200 ungefähr Kriegt auch, ich sehe ihn immer noch nicht Der ist oben auf dem Wachtturm, der hockt sich ab Oh ja Der hat nen Headshot bekommen Ja, ich muss mich jetzt selber halten, ich komm jetzt Warte Ja, ja, bleib mir da an der Wand So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play PUBG PlayerUnknown's Battlegrounds zusammen mit dem Mr. Friedl dem Wayne und dem Balkonkönig Wir testen den neuen Patch PUBG 1.0 auf dem Test-Server euch ganz viel Spaß und jetzt geht's los Ich sag dazu nur Feta-Peter-Käserei Oh, ich seh den noch, guck mal hier Ich glaub ich spieß dir das Auge kaputt hier Hä? Stehen, 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 Mensch Ich seh die Pfeile sogar stecken Ey, ist das bescheuert Warte, 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 warte Schieß mal in die Augen rein, so zwei Dinger Oder in die Ohren seitlich Mach die mal seitlich in die Ohren Warte, 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 komm schon Schade, schade, schade Warte, andere Seite Wenn Steam das gestriched gemacht Okay Gibt paar neue Kletteranimationen sind auch drin, eigentlich Ja, ne, aber entspannt Du lass Autorutschen haben so ein Quatsch Lass mal, wir wollen mal ein bisschen in Ruhe gucken, erstmal Ja Warte, das sind bestimmt wieder richtig viele Oder? Da fliegt ja irgendwie da drüber Ja, da fliegt ja irgendwie da drüber Ich hab dich erstmal getötet Ich bin gegen den Baum gefahren und du hast dich vorher nicht geheilt Ja Hätte ich dich mal gleich melden sollen Ja Gleich melden, ey Bamm wegen Teamkill Und dann hab ich einen Headshot mit von der das Geist gekriegt Na ja, hier ist Oma In der Mitte Na ja, da sind einige abgesprungen Ich geh jetzt hier gleich auf diese Seite Ja Lager alles, glaube ich Oh, leckt am Anfang Achso, und durch diese ganz schmalen Fenster kommst du jetzt nicht mehr rein Nur noch durch große Fenster Oh, was leckt ist Rubberwinning am Anfang Boah Ah, die Schüsse hören sich geil an, ey Jetzt wird Alex auch gleich zum ersten Mal Oh, die Riesenmühle Schüsse 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 Oh, sehr schön Um 16 so sind hier leute am start hier in rothschock oder nicht noch nichts gesehen aber auch ein Fallschirm war hier wenn das mal nicht dein Schatten war dann eigener ja hab ich auch nein nein war ein richtiger Fallschirm wir hatten einen Kompensator auf der Askler ist geschockt wir sind auch was oh sehr nice und ich habe einen Schalldämpfer S angehen in der Tasche gerne 16 Quick Draw, Quick Draw, leck mich Quick Draw so achso hier wart ihr schon ne ist denn da oben? ach ne du und Dennis auch oh vierer super ich habe Kontakt auf 85 einer der ist 100 Meter vor mir Richtung 85 der hat mich angeschossen ich sehe ihn nicht ich sehe ihn nicht ich gehe zur Straße ich gehe Richtung Straße geht da oben ich gehe da oben ui ju 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 da kriege ich aber zwei Stück zwei Stück direkt vor mir auf 150 das muss ja hier bei mir sein oder nicht ich habe ihn getroffen Einer ist in das kleine Haus mit der Satellinschlüssel gegangen Hab ihn ausgemacht Oben auf dem Dach, drei Häuser weiter rechts Boote, ne? Ja Ja Hast du das hier drüben? Hast du das nicht? Ne Hast du das ausgesprochen? Ja, ist oben Ist jetzt reingelaufen Der ist hier bei unserem Haus Der ist hier bei unserem Haus Der ist hier bei unserem Haus Einer ist hier noch im Haus Ich muss dich mal eben verarzt ein bisschen Gehittet Hier im Haus Oh, hat mich, hat mich, hat mich Hier draußen und bin tot Boah, Alter Boah, alter Boah Kostür Na noch Boah 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 Ui, 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 ui Was ist das denn? Artillerie also nicht mehr vom teppich sondern der kommt gleich aber was der typ jetzt tot ich weiß nicht was auch wie schießt man oben die fenster ein ich bin das ist der ist tot dann waren es alle was bitte von wo bitte hier oben oben vom berg eine der ist oben auf dem wachturm der hockt sich kommt wichtig einmal dann sehe ich dich da oben ach du meinst am wasserturm der ist immer noch ober auf dem turm der ist noch nicht runter der hockt glaube ich und heilt sich jetzt ist er runter ja weg ich gehe dahin kommst du nicht hoch die andere richtung da musst du ganz außen rumlaufen ganz oben ist noch einer und von euch zu sehen rechts auf dem berg ist auch noch einer okay ich will kann es gar nicht ohne visier ist gar scheiße einer rechts das war friedel der trifft ja so von wo schießt der denn bitte jetzt mal im ernst da ist ja noch so ein das war einer der ist jetzt tot ich auch dann würde ich sagen der wein heilt sich erst mal ich habe das war die huni gehabt in dem haus war ich schon drin aber wie gesagt oben auf dem nügel müsste noch einer sein ja sehr sicher artillerie ist auch mal wunden werden verbunden schau mal bitte in meiner kiste ich hatte auch noch verbandszeug und jede menge boost aber der typ der genikat in erschossen hat er hat sofort tot vielleicht hat er den anderen war ja geholfen das kann sein ja meine kiste marzone ist immer noch super es sind aber auch steps über dir kann das sein ich muss ja eh bald los vielleicht bekämpfe ich einfach das auch so gut der ist da nach oben, ich habe die Steps akzeptiert da sind zwei was ist das denn für ein Visier? vierfach fach hier da oben was war das für ein Visier? vierfach achso sieht das jetzt so aus oder wat? weiß ich nicht ne das ist glaube ich nur in der Beobachter dass du so ein Kreuz drin hast ne hab ich auch achja das haben die im Stream gesagt jedes vierfach sieht auf der jeweiligen Waffe anders aus ja einer pusht mich kommt hoch guck mal hat die aber noch erwischt wo du schon längst weg war's ach guck dir das an du schade jetzt kann man die Killcam rein schauen aber dann stürzt das Spiel ab wahrscheinlich jetzt gedrückt ne geht er liegt da raus mhm schauen wir mal das war ich mal gespannt wieviel der ohja da ist meine Killcam meine eigene ist es wahrscheinlich ne das ist der Typ ne das ist der Typ ey das ist ja geil ah alles klar der der mich erschossen hat das war der 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 mich erschossen hat das war der Typ vom Turm der ist einfach äh zur linken Seite rübergelaufen alles klar ach der zeichnet das dann auf oder was? ok ja war ein eigener Kill oder was? deine eigene deinen eigenen Tod ja klar Killcam tjo liebe Leute das war es für diese Folge vielen Dank fürs Zuschauen ja der Artillerieschlag ist hammer laut und ähm ja die Killcam haben wir gesehen mal schauen was mir noch auffällt wir werden auf jeden Fall noch versuchen die neuen Waffen nochmal richtig zu zeigen bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen haut rein bis zum nächsten Mal macht's gut ciao rbb dr dr j rbb rbb Untertitelung des ZDF, 2020